Wir haben den 28. Mai 2022. Jetzt ist der Hausrotschwanz vor meinem Fenster vor ich sehe. Als ich die Kamera genommen habe, ist er schon weg. Jetzt ist er hierher. Wir haben ihn ganz kurz am Anfang gesehen. Man merkt, er ist den ganzen Tag hier. Ab und zu sieht man ihn ein wenig mehr, ab und zu weniger. Den Abend sieht man und hört man heute auch. Ok? Ja? Vielen Dank.